... ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Mardin! Sie bleiben befehlend, so wie das Meister! Oh, meinst ich das einfach, Gettel? Das Militär hat mit Belogen! Jede hat mit Belogen, so wie es ist! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger Treue oder Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Ich sage Feindlinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer gabel hält! Jahrelang hat das Militärmeleaktion nur behindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Es hat der Kult daran getan, von jahrelang alle Hörnoffiziere registriert zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein aus Mischendes Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an, wenn sie so verraten und betrogen wurden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, dürfen Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!